Mike, wie ist aktuell deine körperliche Verfassung? Minus 10% oder sowas. Es ist einfach komplett matschig. Unsere Räder sehen schon gut aus, also wir treten bestimmt ein Kilo mehr hier mit nach oben. Hier geht es echt assi hoch. Aber auf jeden Fall geile Trails, aber das wird noch hart heute. Oh mein Gott. 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 Was ist das? Was ist das? Ja Ja Oh Oh So Nächster Trail nach kleiner Pause Wir haben uns an einer kleinen Quelle Wow Er hat etwas zu trinken geholt Und jetzt geht es hier wieder in loose Trails Schöne Hinterradversetzte Trails hier Oh 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 und dann droppst du praktisch auf den einen stein und dann auf den neckschläger und das ist aber wenn du das nicht weißt du fährst einfach und fertig aber das sieht halt echt aus einfacher als das hier boah Junge haha Junge schief 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 geil man das bin ich auch noch nicht gefahren hier also den trail alter wo soll das hier lang gehen oh 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 wo oh Oh Ja, das ist gut. woooah 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Ich kann nicht mehr Leute Ich bin einfach einfach tot jetzt GmbH im Auftrag des WDR 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 Also wir haben 1400 Höhenmetern Also ich bin schon gut am Mars Woohoo! Ah ok Junge, was machst du denn? Highline, Highline So, letzter Trail für heute Nico, du bist Fall Er fährt einfach komplett durchs Gemüse Du bist Fall 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 Du bist Fall